Umständliche Wegbeschreibungen gehören in Zeiten von WhatsApp der Vergangenheit an, denn ihr könnt bei WhatsApp euren Standort teilen und den sogar live mitverfolgen. Und das ist wirklich einfacher als gedacht. Hallo, ich bin die Simone und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Wenn ihr unterwegs seid und euch mit Freunden treffen wollt oder vielleicht einfach mal wissen wollt, wo sich einer eurer Kontakte aufhält, dann bietet WhatsApp da eine wahnsinnig praktische Funktion und die nennt sich Standort teilen. Ist ganz einfach, wir schauen uns heute gemeinsam an, wie das funktioniert. Und es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Optionen. Es gibt einmal Standort teilen, das ist dann statisch und das Ganze gibt es dann auch nochmal als Live-Standort teilen. Das bedeutet, man kann den Kontakt sozusagen mitverfolgen, wie er sich bewegt oder wo er sich gerade hin bewegt. Wir schauen uns beides an und wir starten einmal mit dem statischen Standort. Wir machen es am Android-Gerät. Die Funktion gibt es natürlich auch am iPhone und funktioniert im Endeffekt ganz genauso. Ihr müsst euch natürlich erstmal einen Kontakt aussuchen, mit dem ihr euren Standort teilen wollt. Und dazu geht ihr dann einfach in den jeweiligen Chat rein. Also, wir machen das bei der Alexandra und den Standort, den findet ihr hier am Android-Gerät, am Samsung-Gerät, haben wir hier dieses Büroklammer-Symbol für Anhänge und dort findet ihr auch den Standort. Also, wenn ihr da mal draufklickt, gibt es das hier, diesen grünen Kreisstandort und dann könnt ihr da draufklicken. Jetzt sehen wir hier schon den Live-Standort, damit beschäftigen wir uns nachher nochmal. Jetzt geht es erstmal um den aktuellen Standort. Dann bekomme ich hier nochmal angezeigt auf 16 Meter genau. Und wir sehen hier auch schon in der Karte, wo wir uns da gerade befinden. Prinzipiell ist es so, dass WhatsApp bevorzugt Google Maps nutzt. Also, wenn ihr das auf eurem Smartphone installiert habt, dann wird WhatsApp drauf zugreifen und standardmäßig Google Maps nutzen, kann aber auch mit anderen Anbietern zusammenarbeiten. Also, je nachdem, was ihr da eingestellt habt, müsst ihr da gucken, ob das funktioniert. Aber Google Maps funktioniert auf jeden Fall. Bei uns ist es installiert. Und noch eine Kleinigkeit, ihr müsst natürlich auf dem Smartphone euren Standort freigeben und auch für WhatsApp freigeben. Das könnt ihr in den Einstellungen machen, dort könnt ihr das aktivieren. Also, falls es auf Anhieb nicht bei euch funktioniert, dann würde ich da mal nachschauen, ob das freigegeben ist. Wenn das aktiviert ist, dann sieht das Ganze bei euch so aus. Und dann könnt ihr eben hier draufklicken und sagen, ich möchte meinen aktuellen Standort an die Alexandra schicken. So, die bekommt dann hier so ein Foto. Wenn wir das hier mal ein bisschen größer machen, könnt ihr das gut sehen. Beziehungsweise wir landen hier auch direkt in der Google Maps App, die wir natürlich installiert haben. Und dann bekommt ihr hier die Ansicht, wo dieser kleine blaue Punkt ist, beziehungsweise der rote Marker, wenn sich das geladen hat. Hier kann ich dann auch noch mal normalerweise reinzoomen. Vielleicht mache ich das schnell hier mit den Fingern. Das funktioniert in der Regel besser. Genau, also ich kann mir jetzt ziemlich genau angucken, wo befinde ich mich. Und das bekommt die Alexandra eben auch geschickt. Das Ganze ist natürlich super praktisch, wenn ihr zum Beispiel irgendwo unterwegs seid in der Stadt und kennt euch nicht so gut aus und ihr wollt euch ja mal mit jemandem treffen. Dann könnt ihr dem einfach euren Standort schicken und sagen, ich stehe hier, damit weißt du, wo ich bin. Und der kann dann zu dir kommen. Also eine ganz praktische Funktion. Was ist jetzt aber, wenn ihr euch bewegt? Das funktioniert auch. Also ihr könnt den Live-Standort teilen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und davor immer mein Tipp. Schaut rein auf bildnerverlag.de. Dort findet ihr wirklich tolle Bücher, Praxisanleitungen zu allen möglichen Office-Themen, Technik-Themen und natürlich speziell zu WhatsApp. Also da haben wir unsere Bücher einmal fürs Android-Gerät. Gibt es natürlich auch fürs iPhone. Klickt einfach mal rein und schaut mal durch. Beim Android-Gerät gibt es momentan auch zwei Kapitel gratis zum Runterladen. Da könnt ihr uns einfach eine E-Mail schicken. Dann bekommt ihr die gratis Kapitel zugeschickt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir freuen uns sowieso, wenn ihr ein Buch aus unserem Verlagsprogramm kauft. Denn damit unterstützt ihr diesen Kanal und wir können weiterhin Videos für euch auf diesem Kanal auch machen. Und wie immer könnt ihr ein Buch gewinnen. Schreibt einen Kommentar, dann seid ihr mit dabei in der Verlosung. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und jetzt versuchen wir mal, unseren Live-Standort zu teilen bei WhatsApp. Also das funktioniert unter der gleichen Rubrik, unter der Büroklammer. Das haben wir ja gerade schon gesehen, wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen. Genau. Also ich gehe nochmal in den Chat rein, mit dem ich den Standort teilen möchte. Gehe dann wieder auf die Büroklammer. Gehe wieder auf Standort. Und dann gibt es eben hier die Option Live-Standort teilen. Also das ist zum Beispiel wirklich praktisch, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch bewegt. Also funktioniert natürlich auch mit dem Auto. Wenn ihr sagt, ich bin auf dem Weg zu dir. Hier teile ich dir meinen Standort mit. Dann kann der andere sehen, wie weit ist man schon, wann kommt er an. Also das ist eine praktische Sache. Da muss man nicht ständig sagen, ich bin jetzt schon hier oder ich bin in zehn Minuten da. Einfach den Live-Standort teilen und dann weiß der andere sofort Bescheid. Dazu müsst ihr dann einfach hier oben draufklicken. Und dann bekommt ihr nochmal eine kurze Info. Und dann eine ganz interessante Auswahl. Also ihr könnt festlegen, wie lang dieser Standort geteilt werden soll. Einmal 15 Minuten, eine Stunde oder acht Stunden. Wenn ihr sagt, ich bin auf jeden Fall in zehn Minuten da oder so, dann könnt ihr das zum Beispiel auswählen. Könnt dann sogar noch einen Kommentar hinzufügen. Zum Beispiel bin gleich da. Und dann könnt ihr das absenden. Jetzt bekomme ich hier auch eben in unserem Fall die Google Maps Vorschau und könnte das dann aber auch gleichzeitig jederzeit beenden. Also hier unten habt ihr die jederzeit, wenn ihr früher ankommt, zum Beispiel als gedacht. Dann könnt ihr hier auf Teilen beenden und dann wird das Ganze beendet. Und um euch das mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn sich jemand bewegt, haben wir das vorher schon gefilmt. Als ich angekommen bin hier im Studio, damit die Alexandra auch weiß, wann ich hier eintreffe, habe ich ihr gleich mal meinen Live-Standort mitgeteilt und sie konnte dann gucken, wann ich denn hier ankomme. Und es geht sogar noch ein Stückchen besser. Und zwar könnt ihr das auch zu zweit machen. Also wenn ihr zum Beispiel auf dem Volksfest seid oder wenn ich auf dem Volksfest bin und mich mit einer Freundin verabrede, auf einem großen Volksfest, sagen wir mal, dann könnten wir beide gegenseitig unseren Live-Standort teilen und würden dann sehen, ob wir voneinander weglaufen oder aufeinander zulaufen im Idealfall. Und dazu muss man einfach gegenseitig den Live-Standort teilen. Also in unserem Beispiel jetzt, ich habe ja meinen Standort schon mit der Alexandra geteilt. Das läuft ja hier noch. Und die Alexandra hat jetzt im Gegenzug auch ihren Standort mit mir geteilt, also den Live-Standort. Und dann kann ich hier mal draufklicken und sehe jetzt hier beide. Also wenn beides gegenseitig läuft. In dem Fall ist es natürlich so, dass wir uns beide gerade am gleichen Ort befinden. Deswegen sind hier die Kreise aufeinander. Aber wenn wir mal ein bisschen reinzoomen, dann könnt ihr hier sehen, so ein bisschen weiter. Zwei ist der Hinweis hier. Also dann sieht man hier, beide Kontakte befinden sich am gleichen Ort. Aber wenn ich sogar noch ein Stückchen weiter reinzoome, dann sehe ich, hier bin ich. Und hier ist die Alexandra. Was sind das? Gefühlt fünf Meter Abstand. Also das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, wenn ihr euch jetzt eben bewegen würdet, dann würde das hier erfasst werden. Und ihr könntet gleichzeitig sehen, ich laufe jetzt hier in diese Richtung und mein Kontakt läuft aber gerade in diese Richtung. Und dann könnt ihr im Idealfall aufeinander zulaufen. Genau. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch wieder beenden. Also hier rechts seht ihr schon den Hinweis oder ihr geht nochmal zurück in den Chat und ich kann mein Teilen beenden. Das machen wir jetzt hier einfach nochmal. Genau. Und wenn die Alexandra den Live-Standort beendet, dann bekomme ich hier auch die Benachrichtigung Live-Standort beendet. Kann man natürlich auch wieder jederzeit neu aktivieren hier über die Büroklammer. Also wenn man es nutzt, dann ist es, glaube ich, eine ziemlich praktische und sinnvolle Sache mit dieser Standortteilung, egal ob jetzt statisch oder mit Live-Standort. Je nach GPS-Empfang funktioniert das wirklich gut und oft wirklich auch auf den Meter genau. Vor allem in Städten ist das manchmal bestimmt eine große Hilfe. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr noch alles mit dem Standort von eurem Smartphone so anfangen könnt, dann schaut auf jeden Fall mal hier rein. Da hat der Andi ein tolles Video gemacht und zwar zu standortbezogenen Erinnerungen. Das ist erstaunlich. Schaut mal rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017